Hallo, ich bin Karola. Ich bin heute hier auf der IAA Mobility, weil das hier wirklich eine große Greenwashing-Party ist. Es wird so hingestellt, als gäbe es grüne Lösungen für die Mobilität. Die einzige grüne Lösung ist aber, die Autos stehen zu lassen und aufs Fahrrad und auf öffentlichen Personennahverkehr umzustellen. E-Autos zum Beispiel brauchen unglaublich viel Lithium. Das wird abgebaut in Ländern wie Bolivien oder Chile. Dort wird das Wasser verunreinigt. Die lokalen Menschen haben kein sauberes Trinkwasser mehr. Das heißt, es ist keine Lösung wirklich des Mobilitätsproblems. Auch der tiefste Bergbau für Lithium ist extrem problematisch aus den gleichen Gründen der Umweltschäden. Wir brauchen wirklich ganz andere Mobilitätskonzepte und dafür setzen wir uns hier mit der Blockade ein.